Ranking News Leute, es ist höchstwahrscheinlich jetzt soweit. Der FC Bayern wäre jetzt bereit, Robert Levern-Boski an Türen der Weltfußballer 2021 abzugeben. Zudem will er unbedingt zum FC Barcelona, hat auf Interconcept Profilbild geändert. Nicht mehr Bayern, sondern irgendwas mit seiner neuen Marke. Und Leute, Barca hat jetzt sein Angebot nochmal erhöht. Er ist in noch mehr Gehalt als in München verdienen und er wolle unbedingt nach Spanien. Zudem, seine Ehefrau Anna nur lief mit ihren Kindern schon oft durch spanische Straßen. Und zwar sagt er, er ist in seiner Ansicht nach Sportwirt, ich erwarte Robert am 12. Juli im Trainingsjahr auf der Straße. Ja, er hieß es ja immer noch Basta, er hat Vertrag und so. Aber jetzt soll es soweit sein, Lewandowski soll gehen und dann könnte der FC Barcelona wirklich zuschlagen. Ich hoffe, da haben wir uns jetzt so gut in den Kommentaren. Ich brauche, ciao.